So, dann komme ich mal zurück zum Haus. Das ist jetzt quasi die letzte Folge, die wir machen und dann mache ich Feierabend. Ich habe ja jetzt die ganzen Fälle, die kann ich ja übergeben. So, fährt er weg. Gut, ab nächster Stufe kann ich größere Kisten machen. Sehr gut, das hilft natürlich ungemeinwürde dann schon mal. Krater eines Toten Zauberer, die brauche ich nicht, ich wüsste wo das ist. Du musst mal gucken, wenn wir irgendwo was schon in Kisten haben, dass du das dann bitte wieder mit rein tust. Und nicht zwei Dinger in zwei verschiedenen Kisten. Das verbraucht unendlich Platz. Okay. Sag mal, ich habe den Kacklosswald jetzt gesoffen, ich habe jetzt so komisch blauen... Du bist erstmal besoffen, dass dauernd ein bisschen, dass das weggeht. Du bist erstmal besoffen, dass dauernd ein bisschen, dass das weggeht. Oh, das ist so, ein bisschen Stimmung reinbringe, die Bude hier. Naja, in der Stunde betrachtet war es besoffen besser, oder? Boah, kennst du, ist wie bei dir. So. X. Ich habe Kopfschmerzen. Warte mal, was brauche ich denn jetzt für diesen scheiß Stall? Und starten. Und zehn. Ja. Okay. Wirst du? Das funktioniert nicht so, wie ich will, aber ich brauche dann... Ja, dann lassen wir hinten alle, wir holen uns hier heute. Okay. Okay. Ja. Okay. Aber wir hätten auch den Stoff hinten sogar. Okay. Ich gucke, ich mache mir da auch eventuell noch was zu essen und dann, wenn es wird. Ja, ich habe auch, bis wo wir angefangen haben, was gegessen, schnell noch. Ja, wie gesagt, ich mache das jetzt nur für die Stunde hier und dann ist gut, aber ein bisschen was auf Vorzeugs vorbereitet. da kann man gucken, aber vielleicht morgen haben wir heute morgen haben, dann muss ich was machen. Das war wieder mal ein bisschen was bringen, regelmäßig. Bist du denn hier jetzt wieder schon wieder? Ich weiß es raus, habe ich aber gesagt. Ah, erkenne ich euch was, wo du jetzt bist. Ich weiß, wo ich bin, einfach auf die Pante guckt. Ja, habe ich doch gerade gemacht. Ich habe schon gesagt. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Wenn wir links rein nicht gelaufen wären, wär's natürlich einfacher gewesen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht, dass ich jetzt müde werde. Das war's für heute. 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 Und wir finden. Das war's für heute. Sag jetzt aus. Spekca bringen wir die Wasser. Das ist der Fisch. nicht mit treibt irgendwo hin. Nein, nein. Die Flusswachtfeste. Hallo Katja. Hallo Katja. Gibt es hier jetzt irgendwas besonderes an dem Ding? Das Zauberbuch. Haben wir die schon mal hier? Ja, auf mein Ding. Achso. So. So. Haben wir gemacht. Gut. Okay. Aufpassen, dass du dich hier abschürzt. Ja. Ich weiß nicht, wie du da wieder hochkommst. Alles gut. Ich bin hinter dir. Okay. So. Mein Magen knurrt. Happy. So. Da bist du. Das war die Fackel, die sich kurz zerlegt hat. Oh, die kann ich kurz reparieren. Das ist kein Problem. So. Ich habe ja genug Pflanzenfaser mittlerweile. Ja. 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 die ist doch eine. Wie viel. Wie viel. Das war schon mal. Ich glaube nicht. Fehler, dir ist eine Lederfasche. Ja. Jetzt nicht mehr. Geh mal mit alles. Das war so, auch vielleicht gebraucht, weil irgendwann gebrauchen könnte. Da bin ich schon bei Level 15. Mach ich dir eigentlich Schaden? Ja. Gut. So. Sieht voll geil, das war die blau hier. Was ist mit dem blau? Hier, blau. Wenn du hier sowas hin guckst, ist hier blau. So, ja. Dann muss ich meine Tagesaufgaben nicht machen. Wieso? Weil ich den Spalt schon durch habe. Also den Battle Pass. Ist so. Der endet jetzt, glaube ich, in 15 Tagen oder so. Boah. Oh Gott, Sprache. Es wurde Licht. Es werde Licht. Doch er vertieft nicht. So. Vögelchen. Oh ja. So noch. Vögelchen. Komm her. Vögelchen. Komm her. 15. Darum habe ich den Vogel jetzt auch angegriffen, weil ich die EP brauchte. Oh, ich brauche jetzt 5. Ich habe da die Ideale, die ich jetzt auch noch verloren. Ich habe da die Ideale, die ich jetzt auch noch verloren. Ich weiß, dass ich gerade nicht... Ja, ich bin Stufe 20. Tschüss, Junge. Alter, wir brauchen. Aber wir sind beieinander. Alles klar. Ich muss das hier auch mal sein bei mir. Ja. Aber wir haben noch voll den Weg zurück, ja. Da bist du. Das bin ich nicht alleine. Das praktische, wenn man ungefähr die Karte... Ähm... Ungefähr die Karte kennst von... Kenne Rückweg. Von... Selbst wenn du es zugehörst, du weißt, wo du ungefähr lang musst. Da steht ja auf der Karte angezeigt, oder nicht? Auch die Karte nicht. Ich weiß, wo ich bin. Na gut, du spielst es ja... Du hast es ja mehrmals schon gespielt, jetzt. Ja. 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 Die sind jetzt auch schnell zurück zum Häuschen. Dann haben wir es. Ja. Ja. So. Ja. Oh. Vielen Dank. Jetzt wird es gerade mal wieder ein bisschen hell. Das macht schon mal wieder gut. Das macht schon wieder ein bisschen was aus. Oh, das ist keine Ausdauer mehr. Immer wieder keine Ausdauer, keine Ausdauer, keine Ausdauer. Ja, es ist besser, wenn du bis ungefähr 2-3% runterläufst, dann kurz den Joystick loslässt und dann weiterläufst. Ja klar. Dann lässt sich das schnell auf. Als wenn du jedes Mal was auf den Weg ziehst. Dann sind wir noch für Good yet. Das ist gut. das war noch ein haus ja ich bin wieder hier zurück verteilen und dann ist Feierabend für heute so gucken wir mal weitermachen vielleicht morgen oder so mal gucken wie die letzte Laune und vor allen Dingen Zeit da ist so 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 so